Geheimheiten gesprochen, also dieses System international und darum geht jetzt das Video. Die Geschichte wäre spannend, die Forschung wäre spannend, aber jetzt geht es einfach nur handwerklich, was tue ich. Es geht darum, wenn ich hier, das ist eine Energieformel für die Bewegungsenergie, wenn ich hier die Masse in Kilogramm eingebe und die Geschwindigkeit in Meter pro Sekunde, dann springt mir hier die Energie in Joule raus, das passt. Und wenn ich es falsch mache, also wenn ich jetzt hier zum Beispiel die Masse in Tonnen eingebe und die Geschwindigkeit in Kilometer pro Stunde, dann bekomme ich hier keine richtige Einheit. Darum geht es, man muss immer die richtigen Einheiten erwischen. Was sind die richtigen Einheiten? Also Basisgrößen hier wieder aus Wiki. Zeit ist eben Sekunde und nicht die Minute. Die Länge ist der Meter, dann Kilogramm Ampere, die Temperatur Kelvin und nicht die Celsius. Dann gibt es weiteres, also Newton für die Kraft und Joule für die Energie und so weiter und Coulomb Ampere Sekunde. Die leiten sich aus diesen Basisgrößen ab. Hier, das ist alles Wiki, kann man nachschauen. So, Trick Nummer 1. Was mache ich als Physiklehrer? Ich gebe bei der Zeit eben nicht die SI-Einheit ein, das wäre die Sekunde gewesen, sondern mache es in Minuten und dann muss man 3,5 mal 60 und dann hat man Sekunden machen. Bei den Kilometer pro Stunde am besten auswendig lernen, weil es so oft ist, man teilt durch 3,6 und dann hat man Meter pro Sekunde, Tonnen mal Tausend, Kilometer mal Tausend. Also immer im ersten Schritt, das ist der Trick, in der Schulaufgabe steht es oft ein bisschen verkehrt. Was heißt verkehrt? Ein bisschen gemein da und dann muss man es umrechnen. Eigentlich nicht schlimm. Trick Nummer 2. Ich sage bei der Kraft nicht Newton, sondern Kilo Newton und Kilo steht eben wie bei Kilometer für Tausend. Also 3,4 mal 1000 und dann habe ich die Newton und n, kleines n ist Nano, das ist ein Milliardstel, 10 hoch minus 9. Das nennt man die Vorsätze für Maßeinheiten und die muss man auswendig lernen. Vielleicht nicht alle, aber mal schon ahnen, was er gern hätte. Also Kilo ist eben 1000 und Centi ist Hundertstel von Zentimeter und n, das war von vorher Nano, ist ein Milliardstel. Nanometer ist wirklich sehr, sehr klein. Ich habe dazu zum Auswendiglernen in der App Quiz Academy, das kann man jetzt kennen, da so ein Quiz gemacht, einfach zum Üben. Die zum Beispiel Terra Giga braucht man auch, um zu verstehen, wie die PCs funktionieren. Dann aufpassen, man kommt immer wieder durcheinander, also die Zeit von 4,3 Sekunden. Dieses S steht für Sekunde und dieses S steht für Weg. Das ist hier vorne, das ist die Bezeichnung Strecke in 3,5 Meter oder hier Leistung in Watt. Dieses ist die Einheit Watt und hier ist es das Formelzeichen Groß W für Work, Arbeit mit der Einheit Joule. Immer schauen, was da gerade so dran ist. Also für Physikprüfungen, Checkliste, welche Größen, je nachdem, Mechanik oder Strom, was ist gerade gefragt. Zettel machen, aufschreiben, ja. Ein Spickzettel, den man dann nicht verwendet, aber ein Spickzettel zum Auswendiglernen. Welche SI-Einheiten haben die eben Volt und Ampere oder so. Dann diese Vorsätze wiederholen, Nano, Kilo, Zentimeter, Terra, was will er denn? Zu geltenden Ziffern habe ich ein extra Video gemacht. Und das nicht am Tag vorher, sondern drei Tage vorher, damit es wirklich im Hirn drin ist. Das sind die Basis. Und dann hat man schon mal eine gute Grundlage für jede Prüfung. Das ist die Basis.